jo leute und damit willkommen zurück zu super mario 3d oizers mit super mario galaxy ja nachdem wir beim letzten mal im badezimmer im browser besiegt haben und noch die bedrohung gemacht hatten davor und dann hinterher noch mal die bedrohung mit den kometen was sich schwere erhofft hatte was schwere war als erhofft naja haben wir jetzt noch das buch gelesen in der bücherei beim letzten mal und jo man liest uns aus dem bilder buch vor ein bisschen einem wie dir werde ich doch nicht mein geheimnis verraten ja und da haben wir halt auch die neue kuppel freigeschaltet mit der küche jetzt hier geht's noch nicht okay die abkürzungen hoch von das wollte ja nicht gar nicht die tb pläte da wurde ich rein wenn die kirche wir haben ihre basis eine freund entdeckt bleibt zu hoffen dass sie die kraft des sterns nicht nicht missbrauchen das nächste was wir haben testblase ist auch freigeschaltet glasstrand galaxie das ist freigeschaltet phantom galaxie muss man drehen borsa juniors schiffsfabrik nein da wollte ich nicht rein ich wollte das ding drehen und nicht reingehen der das noch nicht freigeschaltet wahrscheinlich müssen wir mal testblase machen dafür oder ok mal gucken was wir machen dürfen bin ich ja gespannt was es wieder wird von der großen großen blase geschüttelt was machen wir eigentlich dass sie bruch können mann 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 unser pilzschiff musste hier not landen das ist ein giftsumpf wenn du hinein fällst bist du geliefert ich habe mich trotzdem selber getroffen nice und die treffe ich natürlich nicht der wind wird stark wenn man sich von ihnen tragen lässt ist das bestimmt ein tolles gefühl bla 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 alles klar hey wenn du die große blase reiten willst dann hör besser zu Was Schildbürger dir zu sagen hat Wenn du in der großen Blase bist Drücke A Damit bläst du die Luft aus dem Sternenzeiger Mit dieser Luft kannst du die große Blase Von der Seite bewegen Achso, falls du im Handheld-Modus spielst Pustest du auch durch Berührung des Bildschirms Du musst vorsichtig steuern Aber es wird schon schief gehen Klar Wenn man es so sagt Wird es auch schief gehen Ah Oh Mann An das Level kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern Meins Weee Natürlich nicht alles erwischt Weee Egal Wenn ich nicht alles erwisch Ich will das da haben Weee 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 Hab dich Es fehlt nur noch das da Wow War das knapp Natürlich ist das da drüben jetzt Ey Wow Natürlich Liege ich direkt beim letzten da rein Oh sowas hasse ich ja Wenn du das dann nochmal komplett alles machen darfst Weee Weee So was hasse ich ja richtig Weee 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 Nein Nein Was soll das denn jetzt ey Oh Mann Weee 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 Natürlich fliege ich direkt in das Ding rein Nur weil ich das Ding Andere nicht gekriegt hab Vorsichtig Erstmal will ich das haben Danke Nee 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 Shit over alles Nee 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 Zack. Hab dich. Nein. Jetzt aber vorsichtig. Zack. Weiter geht's. Oh. Hey, ich habe etwas vergessen zu sagen. Wenn du in der großen Blase bist und zum Boden fallen möchtest, drücke einfach LZ, um herunterzufallen. Und lass dich nicht von Hindernissen aus der Bahn werfen, sonst platzt die große Blase. Also sei vorsichtig. Klar, ich spring da rein und rate mich darüber. Ja. 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 eine blase war schon hier war noch irgendwas oder manche sachen sind so okay wann wird denn das freigeschaltet oder müssen wir hier erstmal hin das kann halt auch sein gucken wir mal ups was glitzert da am meeresboden ein fragment von einem stern das ist das paradies der penguine der glas stand auch meine glas stand fragte einen meereskumpels wie man schwimmen sie werden es dir sagen oder gesagt oder hat er gesagt meinen meereskumpels keine ahnung hast du die auch glitzen sehen jetzt mal umarmen das ding die hallo die schüler sind abgelenkt von den schenglitzenden im meer sie können sie doch so können sie doch die abschlussprüfung nicht ablegen klumpen wie taucht man also taucht man okay natürlich und diese steuerung und da war es auch wieder der hammer also das funktioniert auch ich will mal kurz nach oben die steuerung waren immer voll komisch um da haben wir keinen gehabt nur so eins waren hier eigentlich noch mehr hier ist noch einer was war das denn ich sehe nix boah diese kamera ne ich habe dich diese kamera ich finde zwei stücke nur noch einer ist wahrscheinlich wieder in der moschel drin so wie immer du siehst ja auch vor allem unter wasser kannst du die kamera nicht mehr bewegen ne was ist denn der letzte da natürlich da drin mit der drehattacke kannst du schneller schwimmen okay tschüss hallo verania hi wenn du etwas an einem hohen ort schnappen willst führe einen dreh nach den sprungen aus so meinst du etwa Das ist ein scheiß Ding, aber ein Weg war. Hey. Ist das Ding jetzt deine Luft? Okay. Nein. Ups. Geht das nicht? Doch, das geht. Ich meine deine Münze. Ist das hier? Ich will das Ding aber wiederhaben. Manchmal ansieht das, wenn er das nicht so macht, wie er soll. Nochmal. Was wolle ich? Nein. Oh, dieses scheiß Ding, was einem immer hinterherkommt, ne? Warum mache ich das eigentlich nicht? So. Das ist viel einfacher. Oh, bin ich doof. Zwischendurch. Du bist im Ansprung einer, um nach oben zu kommen. Ah ja. Bip, bup, bup, bup. Und eigentlich hätte es viel schneller gehen können, wenn ich mich nicht so doofrein gestetet habe. Egal. Wir haben trotzdem den Stern. Blastrandgalaxie, was glitzert da am Meeresboden? Dem Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Ein Gourmelum hat es aufgetaucht. Klar. Aber. Rein da. Das ist ein Tempel. Das ist ein Tempel. Abschlussprüfung. Schwimmklasse. Mhm. Wau, wau. Mal gucken, was das nochmal war. Hallo. Dort drüben kannst du dich zum Abschlusstest der Klassstrand Schwimmklasse anmelden. Wau. Bei dem, wie ich hier schwimme. Na ja. Hallo. Legst du auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab? Aber sicher. Der Test besteht darin, Panzer in Meere aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Okay. War dann nicht da gerade drin. Nein. Ne. Ne. Die scheiß Ding, ne? Der müsste... Oder der ist hier irgendwo gewesen. Also da ist er nicht. Okay, da ist er auch nicht. Hier liegt irgendwo im Meer. Und das kann man nicht runterdrücken kann, dass man wenigstens besser sehen kann, ey. Junge. Hier haben wir den. Das ist mein Name. Ups Weg war Okay Hier, den wolltest du auch haben, oder? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest Nun dann, gebe ich dir eine riesige Goldmedaille Habe den einfach den goldenen Panzer geklaut? Klar, warum auch nicht? Kann man ja mal machen, ne? Das hast du gut gemacht Aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Nö Ich konnte nicht widerstehen Weil ich den noch in der Hand hatte, also Und so haben wir die Mängsten, ne? Gut Glasstrandgalaxie, Abschlussprüfung, Schwimmklasse Erledigt Und mal speichern Wir gehen dann mal zum Gormelu, Mann 1395 Klasse Hallo Ja, ich weiß Wir gehen das ja schon Wenn ich 600 esse Yes, okay Gut, dass wir so viel haben Wirklich gut, dass wir so viel haben Ja, dann verwande dich mal Eine neue Galaxie wurde geboren Tschüss Rein da Ausbruch des Riesen-Aale Der Riesen-Aale In Tränen-Galaxie Das V-Boy N64, ne? Das müssen wir da nochmal machen Wahrscheinlich erledigen, oder so, ne? Scheidt 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 die Riesen-Aale Aufgetaucht Und können wir keine Fische mehr fangen Kannst du nicht die Riesen-Aale besiegen? Besiegen? Wie rede ich eigentlich? Junge Junge, ich seh gar nix Boah Diese Perspektive ist der letzte Rotz War wohl nix Boah, woah, 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 woah Boah, woah, 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 woah Boah, woah, 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 woah Realption Ali, wo seid ihr? Na, super Direkt gegen das Ding Okay, das müssen wir kaputt schießen wer Schick dir die Riesenralle. Ja. Okay. Klar ist da ein Pufferfisch drin! Natürlich! So, ich brauche nochmal so ein Panzer. Gut, dass man sich so schnell bewegen kann. Einer war da noch, ne? Wo haben wir ihn denn? Fertig! So, dann holen wir uns dann mal den Stern, wo er auch immer ist. Wo haben wir denn hier? Ist noch Schiff, da. Okay. Haben wir den Stern in Galaxie. Nya! 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 Tränengalaxie, Ausbruch der Riesenahle! Galaxie komplett! Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Wuh, 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 wuh! Gut. Mhm, 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 mhm. Da stelle ich natürlich wieder um, ne? Dann lass uns beginnen! Drittes Kapitel, der Hellen Stern. Durch das runde Fenster des Sternenschiffs streit ein Licht herein. Ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe? Als das Mädchen aus dem Fenster blickte, sah es einen wunderschönen, smaragdfarbenen, leuchtenden Stern. Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Luma und sagte, Komm, lass uns zu den Sternen gehen und dort aussteigen. Der Stern, auf dem sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Luma und das Mädchen liefen umher, aber Lumas Mama fanden sie nicht. Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein. Das Mädchen ließ sich plumpst auf seinen Hosenboden fallen und blieb erstmal sitzen. Sieh mal, rief Luma auf einmal. Unter der Eisoberfläche, auf die Lumas aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternenstaub eingeschlossen. Klasse, oder? Lumas schien stolz zu sein. Hier ist es trotz des Eises warm, beinahe wie im Paradies. Beim Wasser gibt es hier auch. Die beiden entschlossen sich für eine Weile auf diesen Sternen zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sterns und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. Das reicht für heute. Jo. Gut. Und das reicht auch für die Aufnahme, würde ich sagen. Denn... Jo. Boah. Ein paar Sachen, ein paar Sterne haben wir jetzt schon wieder bekommen. Was sagt das? Achso, ne. Nicht Ben. Wir könnten nur vorne gucken. Naja. Boink. 30 Sterne haben wir jetzt. Ja, gut. Gut. Dann würde ich aber sagen, dann werde ich hier die Aufnahme benden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Super Mario 3D Ultras mit Super Mario Galaxy. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.